Komm schon, vorwärts! Wir haben einen Job zu erledigen. Wir sollten uns ranhalten. Das ist euer Champion. Lass uns hier landen. Okay. Schluss mit der Abhängerei! Wir springen! Geh da rüber! Runde eins. Starte Ring Countdown. Wir sind nicht alle im Ring. Überprüft eure Position. Eine Minute, bis der Ring sich schließt. Nicht alle zu weit weg. Aber wir sollten uns beeilen. Erster Treffer. Aber nicht bei uns! Was ist das? Zehn Sekunden. Direkt nebenan. Kein Problem. Neuer Killspitzenreiter. Weiter und Vorsicht. Hört mal her, der Ring bewegt sich. Zeit für ein Upgrade. Oh ja, ich habe ein Upgrade besorgt. Neuer Killspitzenreiter. Achtung. Hört ihr das? Da kommt ein Kehrpaket angeflattert. Achtung. 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 Munition. Hier ist leichte Mun... Hier ist ein Rucksack. Stufe 1. Hier ist ein... Hier ist leichte Munition. Hier ist ein Rucksack. Stufe 2. Danke. Hier sind Schrotpatronen. Hier sind Schrotpatronen. Ich bitte nicht. Okay. 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 Huh. tea Leute, Replikator im Anflug! Es ist nur noch die Hälfte der Squads übrig. Euch bitte! Link, schließt dich in einer Minute! 45 sekunden der ring ist nah nicht weit vom ring die ecke noch zehn die bewegung der ring bewegt sich Achtung, liefere Kehrpaket aus. Kehrpaket ist unterwegs. 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 Kehrpaket wird ausgeliefert. Kehrpaket wird ausgeliefert. Kehrpaket ist unterwegs. Kehrpaket ist unterwegs. Kehrpaket ist unterwegs. gegner gesichtet replikator geliefert hey da fällt ein replikator vom himmel feind gesichtet gegner da drüben ring schließt sich in einer minute gegner gesichtet bringt es nicht weit weg nicht weit vom ring mit an auf auf Was ist denn das Gegner? Ihr seid die Apex Champions. Ihr seid die Apex Champions.